Die Star Alliance hat eine neue Werbekampagne begonnen. Fühlen Sie sich wie ein Star auf jeder Etappe Ihrer Reise. Und es soll ab sofort alles viel besser sein als bisher. Okay, schlechter kann es ja auch nicht mehr werden. Nun gut, was gibt es denn so fantastisch Neues, dass wir Kunden uns wie ein Star fühlen können? Die Star Alliance PR-Truppe schreibt, 1. Je mehr Sie innerhalb der Star Alliance Streckennetzes fliegen, desto schneller erreichen Sie Star Alliance Gold. Wow, das ist wirklich völlig neu. Zweitens genießen Sie exklusive Privilegien wie eine großzügige Freigepäckmenge. Priority-Check-in-Zugang zu mehr als 1000 Premium-Lounges weltweit und vieles mehr. Hammer! Das sind also wirklich alles völlig neue Leistungen. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich fühle mich wie ein Star. Du auch? Nun wohl eher wie ein Star. Ein Vogel, dem man alte Körner neu verpackt zum Fressen hinwirft. Aber von Glanz und Top-Service kann ich leider nichts entdecken bei dieser Star-Allianz.